Frische Sicht, Presseportal für unabhängigen Journalismus. Ich darf mit Markus Fiedler sprechen. Markus Fiedler ist Journalist, Biologe, Musiker und beschäftigt sich seit einigen Jahren mit dem Thema Wikipedia, Umgang mit Wikipedia und das Thema Diffamierung über Wikipedia. Er hat mittlerweile aber auch andere Plattformen gefunden, an denen er sich erfolgreich mit anderen Journalisten, unter anderem Dirk Pohlmann, abarbeitet. Er hat sein eigenes Format, Wikihausen, Neues aus Wikihausen, wo er diese Themen sehr, sehr verständlich und nachvollziehbar für unbedarfte Zuhörer aufarbeitet. Und ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können. Wir haben uns vor dem Interview aufs Du geeinigt, Markus. Das freut mich sehr. Thomas, ja, alles gut. Hallo. Genau, ein Hallo von mir und an die Zuschauer natürlich. Ich freue mich sehr. An dich und an die Zuschauer. Lieber Markus, magst du mal noch drei Worte zu deiner Person sagen? Ja, also du sprachst eben, hat noch anderes Format. Das fand ich ganz lustig, weil der Bodo Schicken-Tanz, der ist ja immer, er hat ja immer das Herz auf der Zunge und er sagte dann sowas wie, Markus, ich glaube, das 16 zu 9 Format ist für dich erfunden worden. Ja, vielleicht, also man ist dann so breit und nimmt das Bild ein. Das ist einer. Genau. Und ja, also das ist korrekt von dir alles wiedergegeben. Also ich bin zuallererst erstmal Diplom-Biologe, auch zeitlich gesehen Diplom-Biologe. Dann habe ich Staatsexamen in Musik und Biologie gemacht, also von daher auch Musiker und Biologe natürlich. Und das Staatsexamen dort schon darauf hin, also da ist ein Lehramtsstudium vorangegangen und dann habe ich jetzt auch lange Jahre als Lehrer gearbeitet. Das ist mir jetzt aber vergrault worden sozusagen oder den anderen wurde es vergrault, wie immer man das nennen möchte, durch jemanden aus der Szene, die wir seit fünf Jahren in der näheren Betrachtung haben. Es geht ja im Wesentlichen bei dem, was ich mache, um die Analyse von Rufmord-Kampagnen. Und das hat angefangen mit der Wikipedia. Dann haben wir gesehen, aha, da findet eine massive Rufmord-Kampagne zum Beispiel bei Daniela Gansa statt, aber auch bei vielen anderen. Ich habe da nur Daniela Gansa quasi als Lackmustest genommen, weil es bei ihm sehr gut darzustellen ist, weil er sich weit außerhalb des Raumes bewegt, der ihm dazu gedacht ist. Also er wird ja als rechtsradikal, antisemitisch, Holocaust-leugnend und was auch immer alles dargestellt. Wobei sie nicht sagen, er ist es, sondern sie sagen ja immer, er gibt sich ab mit Leuten, die sind aber rechtsradikal und er hat irgendwelche Texte genutzt, da behauptet irgendjemand von, das wäre antisemitisch. So wird das gemacht. Und Verschwörungstheoretiker sei er dann auch und mal ist er dann nur jemand, der die verbreitet und sie so darstellt, als ob das wissenschaftliche Darstellungen wären. Siehe Einleitungssatz in der Wikipedia oder zwischendurch stand mal drin ganz explizit, er ist Verschwörungstheoretiker. Also solche Sachen werden da halt reingepackt. Also ja, das heißt, es geht um die Diskreditierung einer Person. Man versucht systematisch die Berufsausbildung der Person madig zu machen. Das heißt, dass dem Zuschauer suggeriert wird, der Typ ist überhaupt kein richtiger Historiker oder der hat irgendwelche anderen Probleme da. Aber ja, das ist systematisch, weil man es jetzt auch bei anderen Personen immer wieder nachweisen kann. Also ein ganz jüngstes Beispiel ist zum Beispiel Clemens Arwey, der sich gegen Impfungen äußert. Aber zwar, also er ist ja auch genau Biologe, genau wie ich das auch bin. Und also man erkennt seine Leute sozusagen. Also wir haben ja beide eine ähnliche Ausbildung. Und als Biologe würdest du eigentlich, sagen wir mal, die meisten Biologen, so wie ich auch, würden davon Abstand nehmen und sagen, also Impfungen sind prinzipiell schlecht, das ist Quatsch. Also natürlich, Impfungen sind sinnvoll und sind auch wirksam. Die Frage ist, wie sie wirksam sind. Und es ist halt ein massiver Eingriff in den Metabolismus. Das heißt also, du greifst in einen Organismus ein und dann ist die Frage, ist der Eingriff gut kontrolliert? Ist das ein Eingriff, wo man ganz genau weiß, was da passiert? Oder ist das ein Eingriff, wo man nicht genau weiß, was passiert? Und das Problem ist halt, sind die Nebenwirkungen. Und da muss man halt immer abwägen, was ist sinnvoller Nebenwirkung oder die Wirkung? Und wie hoch ist das Risiko überhaupt, dass das eintritt, wovor mich diese Impfung schützen soll? Also wenn ich jetzt also eine minderschwere Krankheit habe zum Beispiel, die vielleicht unangenehm ist, aber die keine weiteren Nebenwirkungen hat, meinetwegen, außer dass man vielleicht eine Woche flach liegt oder sowas, das ist, da würde kein normaler Mensch sagen, ich brauche dagegen eine Impfung. Das ist ja Nonsens, weil halt mit der Impfung gehen halt auch Nebenwirkungen einher, immer. Und ja, das ist also Clemens Aweiß Punkt gewesen. Jetzt wird er halt auch auf der Wikipedia, ihm wird halt sein Biologiestatus aberkannt. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020